Herzlich Willkommen zu einem neuen Video bei mir der MHD und heute spielen wir ein Spiel namens Wildcraft, das hat mit Tieren zu tun. Ich weiß nicht welches Tier wir nehmen sollen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich glaube erstmal spielen wir Bär. Und Leute, wie ihr seht, habe ich noch keine Freunde. Die Luna, ich glaube Luna, das ist meine Freundin in Wildcraft, spielt gerade glaube ich diese Partei. Ich bin jetzt mal im Bärung. Eigentlich wäre hier eher sinnvoller gewesen, wenn ich ein Fuchsfilm hätte, aber ist doch egal. Bye. Bye. ... Ok. ... Okay. Okay. Es ist egal, es war jetzt alles falsch gesch... Ähm... Es war jetzt alles komplett falsch gesch... Aber es ist doch alles egal... Ich meine... Ist doch einfach nur egal... Mehr meinte ich nicht... Ähm... Es passt nämlich... Ich will jetzt wirklich nochmal meinen Löffel hingetaktieren... Oh... 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 3.750 ist die Hälfte... Und von meinem Leben ist die Hälfte... 414... Schön... Und ich bin schon auf jeden Fall viel weniger leh... Oh... 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 Sie ist weniger als die Hälfte des Lebens von ihm abgezogen... Oh... Oh... Das kann gefährlich werden... Oh... Das kann gefährlich werden... Oh... Das ist sehr gefährlich... Ah... 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 Sebenja... Ah... Aua... Oh... Ah... 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 wo ich so leise machen ja kann ich nur dann hören mich die leute nicht aber na gut du musst noch ein bisschen aushalten luna oh leute oh ich gucke ich ja man ich ach du heilige was ist denn das für ein tier ich mache dich platt du vogel aua ok warum greift ihr denn die nicht an help me help me help me ich habe hier ist jetzt auch nicht schlimm ich spawne ich spawne hier wieder ich spawne so und fertig Ein bisschen besser hätte das schon laufen können, aber okay. Sie ist einfach gerade im Menü und ich auf einmal so, ja, Luna kann jetzt respawn, weil sie dann mehr Leben kriegt wieder, ist doch egal. Und wechsel, und wechsel, oder die Immo hat es nicht verstanden und will doch keinen wechseln. Wechsel, wechsel, warum greifst du mich nicht an? Ich komme! Ouchie! Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bleib doch mal stehen. Jetzt. Hey, hilf doch mit. Ich hab hier den fast ganz alleine besiegt. Ich hab hier das. Ich hab hier das. Ich hab hier den fast alleine besiegt. Ich hab hier das. Ich hab hier das. Ich hab hier das. Ich hab hier das. So stark ist das stärker als vorher. Ich hab hier. Geh. 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 Geh und adopt me. Ja, geh und adopt me. Bye, bye, pferdchen. Bye, pferdchen. Oh, oh, blox, 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 blox. Adopt me. 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 Geh du rein. Geh du rein. Okay, sie ist schon drin. Spielbeitreten, 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 Tintin, Tintin, Latte, Kaffee, Schokolade, Schokolade, Kaffee, Kakao. Ähm. Dumm, 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 dumm. Schreibt mal in den Kommentaren, möcht ihr Kakao? Hm. Ja, ich würde mal sagen, ob ihr Kakao mögt. Kaffee. Kakao. Hm. Baby. Hi, liebe Schüler. Nee, ähm. Hm. Dann putzen sie sich. Nein, Freu... Nein. Freunde. Ich freu' ihn dir. Hallo, meine lieben Freunde. Was spielt sie? Oh, sie hat endlich aufgemacht. Cool, wie cool. Oh. 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 Spiel, spiele, zimmer, spiele, zimmer, 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 zimmern. Ich habe Durst, sagt der Hündchen. Hm. Aber ich's auch. Ähm. Also. Da kann man einfach rüberspringen. Ja, okay. Ich verstehe jetzt den Sinn nicht dahinter, aber... Na gut, ist ja. So gut. Ja. Zimmer von Drachen. Sie ist das jetzt so königlich und sowas. Ich mag das ja generell nicht so. Aber wahrscheinlich mag sie das. Oh. Lassen. Und ja. Ciao. Bis zum nächsten Video. Bye. Bye.